Da würde mich natürlich jetzt brennend interessieren, wie Sie den Franzosen erklären, dass sie eine produktive Ordnungspolitik machen und bei denen nicht ankommt, dass das Industriepolitik ist. Also das ist ja dann immer gleich ganz schwierig. Aber Herr Professor Sinn, Sie möchten erwidern. Ja, ich will gar nicht erwidern. Da bin ich eigentlich weitgehend inhaltlich einer Meinung. Also einen europäischen Einheitsbrei zu erzeugen bringt überhaupt nichts. In Varietate Concordia ist ja der Leitspruch auch der EU und der will das ja auch gar nicht. Es geht ja um die Einheit in Vielfalt. Aber ich glaube schon, dass wir die Vereinigten Staaten von Europa als Konföderation gründen sollten im Sinne der Schweizer Konföderation. Das ist ja auch so, dass da sehr unterschiedliche Kulturen miteinander zusammenleben und einen Weg gefunden haben, ihre Vielfalt zu bewahren und gleichzeitig aber den Staat zu gründen mit einer gemeinsamen Verteidigung. Und das kann ich nur wiederholen nochmal, was ich gesagt habe heute Morgen, heute Mittag. Wir brauchen in der politischen Union erst einmal die gemeinsame Streitmacht. Wenn ich schaue, wie die Schweiz entstanden ist, sie ist als Verteidigungsbündnis entstanden. Wenn ich schaue, wie Amerika entstanden ist, Verteidigungsbündnis. Und das Fiskalische kam langsam über die Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte hinterher. Und das ist genau der Fehler, den wir in Europa machen. Wir versuchen das Pferd vom Schwanz aufzuzäumen und alles Mögliche zu tun, was dann später mal zu einem solchen Staatenbund gehören würde. Aber mit der Hauptsache, dem Verteidigungsbündnis fangen wir nicht an. Das hat einen Grund. Den möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Wir standen schon mal vor der Entscheidung. 1952 gab es einen Vertrag der sechs Ursprungsländer der europäischen Gemeinschaft über eine europäische Verteidigungsgemeinschaft. Und in dieser europäischen Verteidigungsgemeinschaft war eine europäische politische Gemeinschaft eingeschlossen. Das hat aber nicht funktioniert, weil nämlich fünf Länder diesen Vertrag ratifiziert haben, die Franzosen aber nicht. Und zwar einfach deswegen, weil sie nicht die atomare Frage mit Deutschland teilen wollten. Sie wollten also nicht, dass sie, um Deutschland von Atomwaffen fernzuhalten, selbst von Atomwaffen abstinent sein mussten, sondern sie wollten Atomwaffenstaat werden. Und das gilt heute noch, weil sie nämlich damit kompensieren ihren Machtverlust, den sie als Weltmacht auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet haben. Sie haben eigentlich nur noch den Status des Atomwaffenstaates. Und diese Entscheidung im August 1954, die europäische Verteidigungsgemeinschaft, die ansonsten eine rein französische Angelegenheit gewesen wäre, alle Großverbände sollten von französischen Generalen geführt werden. Das Budget sollten die Deutschen bezahlen natürlich, weil ja die Franzosen alles schon hatten. Und die Rüstungsindustrie sollte hinter der Pulverlinie sein. Also die Pulverlinie ist diese gefährliche Zone an der Grenze. Das heißt, sie sollte nicht in Deutschland sein, die Rüstungsindustrie, sondern sie sollte in Frankreich sein, beziehungsweise sogar in Nordafrika. Diese Entscheidung ist im August 1954 in der französischen Nationalversammlung gefallen, aus Gründen, die heute noch gelten. Und deswegen ist das eine reine Illusion. Ich habe ja hier auch mit einem knappen Gut zu operieren, das heißt Zeit. Ich sehe auch mit einem Blick auf die Uhr leider nicht mehr richtig, dass ich Ihnen noch Fragen entgegennehmen kann von Ihnen. Aber vielleicht können wir es hier ein bisschen kürzer halten. Ein führender Politiker hat mir vor kurzem gesagt, dass bis vor 20 Jahren, bis zum Maastrichter Vertrag, französische Atomwaffen noch auf deutsche Ziele gerichtet waren und ein Teil des Deals war, sie jetzt andersrum zu richten. Das muss man sich vorstellen. Und ich finde, diesen Zustand, in dem wir in Europa sind, dass die Franzosen nicht bereit sind, einer gemeinsamen Kontrolle ihrer Atomwaffen durch die Länder Europas zuzustimmen, aber gleichwohl alle möglichen Rettungsschirmen wollen, unerträglich. Ich finde auch, wir können diesen Weg nicht so gehen. Sondern wir müssen einfach das Portemonnaie zumachen und sagen, hier, wenn ihr wirkliches Ernst macht, dann ist es nicht möglich, dass die Armeen Europas noch gegeneinander stehen können. Das muss geändert werden. Macht eine politische Union, lasst uns die Vereinigten Staaten von Europa konstruieren, aber mit dem, was dafür essentiell nötig ist. Und dann öffnen wir das Portemonnaie wieder. Wenn wir es vorher öffnen, kriegen wir das nicht. Herr Professor Feld. Jetzt, Professor Feld. Jetzt, wunderbar. Also, ich habe nicht so viel Dissens mit der Bemerkung von Herrn Abelshauser, was die Frage Harmonisierungs- und Zentralisierungsschritte in Europa anbetrifft. Ich habe ja in vielerlei Zusammenhängen, sogar in Reibung mit Argumenten, die Hans-Werner Sinn zum Steuerwettbewerb mehrfach aufgeschrieben hat, das Schweizer Modell als zukunftsträchtig für die Europäische Union in allen Fragen, auch in den steuerlichen, angesehen. Ich habe nur ein bisschen aufgehorcht, als Herr Abelshauser sagte, dass die bayerische Wirtschaft einerseits und die Böckler-Stiftung als Gewerkschaftsorganisation auf der anderen Seite die gleiche Richtung denken. Ich habe gelernt, wenn die Arbeitgeber der BDI und die Gewerkschaften zusammenspannen, dass das meistens zu Lasten der Allgemeinheit ist. Und ich kann das auch immer noch monatlich anschauungsweise sehen, wenn meine Kollegen, die auf dem Arbeitgeberticket in den Sachverständigenrat reingekommen sind, und der andere, der auf dem Gewerkschaftsticket reingekommen ist, wenn die einer Meinung sind, haben wir immer ein Problem. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit diesen Entwürfen und würde dann hoffen, dass wir tatsächlich noch ein bisschen mehr hinbekommen. Das ist aber nur, um die Ernsthaftigkeit noch ein bisschen aufzulockern. Ich würde ganz gerne noch einen weiteren Punkt machen. Wir sind ja beim Thema Verteidigung in einem fast sprichwörtlich verminten Gelände. Ich würde mich, das wäre sicherlich für das Publikum sehr interessant, sich anzuschauen, wenn die Staats- und Regierungschefs zusammensitzen und Frau Merkel zu Herrn Hollande sagt, wenn du mir jetzt die Kontrolle über deine Atomwaffen gibst, bin ich bereit, die Geldbörse aufzumachen. So funktioniert das, glaube ich, nicht. Ich denke, dass wir da den Sprengsatz an die deutsch-französische Achse legen würden. Das funktioniert nicht. Also so weit kann man, glaube ich, nicht gehen. Ich würde ganz gerne, basierend auf dem Vortrag von Hans-Werner Sinn, in unserer Diskussion gestern, zwei Punkte verdeutlichen. Nämlich zum einen, man kann die Entwicklung, die uns Herr Sinn in seinen Charts, in seinen Grafiken gezeigt hat, immer auch so interpretieren, dass man statt das Glas halb leer und sich weiter lehrend darzustellen, es als halb voll und sich weiter füllend anzieht. Ich hätte bei der Entwicklung in den Problemländern der Europäischen Union sicherlich Portugal und Irland noch deutlicher hervorgehoben. Auch Portugal eben, nicht nur Irland. Und ich hätte auch die Stagnation der Arbeitslosenquoten, selbst die jahresdurchschnittlichen 2013 in Spanien, günstiger gesehen. Ich greife dann auch ganz gerne auf die saisonal bereinigten monatlichen Zahlen zurück, die nochmal ein bisschen ein anderes Bild zeichnen. Man muss auch aufpassen bei den statistischen Abgrenzungen. Ich habe eben das Thema duale Bildung angesprochen. Eine Jugendarbeitslosenquote von über 60 Prozent in Griechenland und Spanien bedeutet einfach etwas anderes als in Deutschland. Wir haben in Deutschland sehr viele Auszubildende, die eben nicht einfach nur als Auszubildende gezählt werden, sondern über das duale System als Erwerbstätige. Und dadurch ist die Jugendarbeitslosigkeit von vornherein kleiner, weil der Nenner nämlich dann auch viel größer wird in dieser Quote, die man da berechnet. Bezieht man die Anzahl der jugendlichen Arbeitslosen in Spanien und in Griechenland auf die Anzahl der jugendlichen im erwerbsfähigen Alter, die also im Prinzip dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen könnten, wenn sie sich jetzt nicht gerade in Ausbildung befinden, dann kommen wir immer noch zu enormen Arbeitslosenquoten von 25, 28 Prozent, aber die sind in Höhe dessen, was wir in der allgemeinen Arbeitslosenquote haben. Und es ist nicht die Lost Generation. Ähnliche Probleme habe ich mit der Darstellung der EZB. Man muss ja doch deutlich sehen, dass wir in den Jahren 2007 bis 2009 nun nicht einen Zusammenbruch des Finanzsystems gehabt haben, weil zuvor die Banken den bereits hochverschuldeten Staaten noch mehr Geld zur Verfügung gestellt haben, sondern die Finanzkrise ist in den USA gestartet, in einer Kombination aus neuen Finanzprodukten, die die Risiken über die ganze Welt verteilt haben und niemand wusste, wo sie wirklich liegen. Sie haben das ja in Ihrem Buch »Casino-Kapitalismus« sehr schön gezeigt, welche Probleme dort existiert haben. Das, was dann im nächsten Schritt passiert ist, nachdem die Banken auch in Europa durch dieses System in Schieflage gerieten, das ist eine anschließende Schuldenkrise. Und sie ist deswegen entstanden, weil die Finanzmarktheime immer plötzlich gesehen haben, die Nicht-Beistandsklausel steht ja da wirklich drin in dem Vertrag, vielleicht müssen wir abschreiben. Und wir können das gar nicht mehr verkraften, denn alle anderen Regulatoren haben uns immer gesagt, wir sollen Staatsanleihen halten, weil die ja angeblich risikolos sind. Nun haben wir die im Portfolio, und wenn ich die jetzt abschreiben muss, dann bin ich kaputt. Ich bin jetzt gerade aus der Finanzkrise rausgekommen mit einer Bilanz, die das einigermaßen noch hingekriegt hat, was es an sonstigen Abschreibungen gab. Und nun soll ich bereits die Staatsanleihen wieder abschreiben. Das kann nicht funktionieren. Vor diesem Hintergrund müssen wir einfach anerkennen, dass die Gewährung von Liquidität einmal durch die Europäische Zentralbank und andererseits auch durch die Rettungsschirme eine notwendige Maßnahme war, die dafür gesorgt hat, dass wir nicht schon gleich wieder im Jahr 2010 in die gleiche Bredulde gekommen sind, wie wir es 2008, 2009 gehabt haben. Man muss schon auch die Psychologie der Finanzmärkte mitbedenken und sie nicht einfach abtun als Interessenten des Bankensystems, die ja im Moment sowieso alle in Misskredit geraten sind. Und da ist auch die Politik von Mario Draghi mit seinem OMT-Programm zu verstehen. Wir wissen bis jetzt natürlich nicht, ob er recht hat. Das wird sich in zehn Jahren zeigen, ob er recht gehabt hat. Also wie das im Theaterstück von Wolfgang Wieger, der so schön dargestellt ist. Nach zehn Jahren sehen wir das dann erst, wer vor dem Himmelstor noch mal reingelassen wird. Herr Draghi oder Herr Sinn? Also ich sehe sehr... Der entscheidende Punkt ist doch an der Stelle, wenn wir in einer ungünstigen Spirale drin sind, in der aufgrund der Zinssteigerungen, die stattgefunden haben, die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen der jeweiligen Länder immer weiter in Misskredit gerät, das Vertrauen in diese Staatsanleihen immer weiter abnimmt und sich Investoren zurückziehen, die Zinsen immer weiter ansteigen, dass wir in einer Spirale drin sind, die nur mit Mühe zu durchbrechen ist. Und genau das hat Draghi gemacht mit seiner Politik. Jetzt noch ein letzter Punkt. Letzter Punkt muss man noch erlauben. Das ist mein Zeitplan. Ja, ich weiß, das ist mein Zeitplan. Ich muss das trotzdem sagen, weil wir gehen ja auch in ein Wochenende hinein. Ich will jetzt nicht, dass Sie alle Ihre Assets verkaufen und in Gold und in Immobilien gehen wollen. Was ich allerdings nicht ganz verstehe, ist Folgendes. Wir haben ja zu Recht das Thema Target 2 seit in den letzten Jahren intensiv diskutiert. Und das ist einerseits sicherlich ein Resultat des Zahlungssystems, des europäischen Systems der Zentralbanken. Und es ist andererseits Ausdruck einer Zahlungsbilanzkrise, die dafür sorgt, dass man letztlich den stärkeren Konsum in den südlichen Staaten finanzieren kann. Eine Refinanzierung quasi vornimmt, wenn die Banken nicht mehr allein in der Lage sind, das zu schultern. Wenn nun aber die Risiken dieses Systems betont werden, dann muss man doch sagen, eigentlich kommen sie erst zum Tragen, wenn ein Land aus der Europäischen Währungsunion austritt. Solange das nicht der Fall ist und wenn wir dann in der längeren Sicht entweder durch eine Schuldenkonferenz oder durch eine härtere Korrektur, realwirtschaftliche Korrektur der Leistungsbilanzungleichgewichte die Target-Seiten abbauen, dann ist das doch wieder in Ordnung. Aber wenn ich nun ein Land aus der Eurozone rauswerfe, dann muss ich doch für die Target-Seiten bezahlen. Dann treten doch die Risiken für die beteiligten Mitgliedstaaten, die dann noch im System sind, überhaupt erst auf, also insbesondere für Deutschland. Ich kann nicht sehen, warum man dann empfehlen sollte, dass ein Staat überhaupt austritt aus der Währungsunion. Das kann nur dann der Fall sein, wenn das ganze System sowieso zusammenbricht und ich dann sehen muss, wo ich bleibe. Aber das ist nicht wirklich eine Lösung dieses Target-Problems. Es bringt gerade erst die Probleme. Also insofern halte ich das nicht für eine konsistente Politikempfehlung auf Basis eines Befundes, den man als nun wirklich besorgniserregend charakterisieren kann, eine Empfehlung zu geben, die gerade dazu führt, dass das besorgniserregende Ergebnis eintritt. Jetzt sind wir von der Europäischen Verfassung in einem spezielleren, deutlich spezielleren Punkt gelandet, aber Herr Professor Schmidt kann noch mal was zu den Vereinigten Staaten von Europa sagen. Das führt jetzt wieder etwas weiter weg. Mich würde eigentlich Herrn Sins Reaktion auf das, was Sie haben, das Herr Felser hat. Das Target-System, das Target misst ja nur das Ausmaß der Selbsthilfe mit der Druckerpresse aus dem Keller. Also das, wir müssen jetzt nicht im Einzelnen verstehen, was Target ist. Es misst, wie viele Extrakredite man sich zu Hause aus der Druckerpresse holt, weil man sich das Geld nicht mehr im Kapitalmarkt leiten kann. Und dafür entstehen dann Forderungen der anderen Notenbanken gegen die Notenbank, die da extra Geld gedruckt hat. Und das ist eben riesig. Das sind in der Spitze 1000 Milliarden Euro gewesen, die auf diese Weise an Krediten für die sechs Krisenländer gewährt wurden, ohne dass ein Parlament sich damit beschäftigt hat. Die ganzen fiskalischen Kredite, die unter großen Bauchschmerzen von den Parlamenten bewilligt wurden, sind ja minimal im Verhältnis dazu. Das ist also ein fundamentales Rechtsproblem, aber es ist auch ein ökonomisches Problem bezüglich der Risiken, die damit verbunden sind. Das Risiko ist einmal, dass jetzt der Kredit aus der Druckerpresse natürlich zu ganz günstigen Konditionen gewährt wurde, viel niedrigere Zinsen, längere Laufzeiten, schlechtere Sicherheiten als die Märkte das Verlangen mit der Folge, dass die Banken aus den nördlichen Ländern jetzt konkurrieren müssen mit dieser Druckerpresse und keine vernünftigen Zinsen für ihre Leute mehr erwirtschaften. Das ist also der Verlust, den ich Ihnen zeigte. Das Hauptrisiko ist aber, dass die, dadurch, dass die EZB unkontrolliert und ohne die Parlamente zu fragen, hier in Vorlage geht, bei der Retterei und den privaten Gläubigern der südlichen Länder praktisch die Rolle abnimmt, also die Papiere, die toxischen Papiere in implizit oder Forderungen abnimmt, die Staatengemeinschaft stattdessen ins Risiko kommt und nichts anderes kann, als diese Retterei fortzusetzen, denn die EZB ist heute gefährdet. Die EZB hat ein Eigenkapital, die alle zusammen, von 500 Milliarden und sie haben Forderungen, die möglicherweise toxisch sind gegenüber den Banken Südeuropas, die sind viel größer. Wir müssen also heute die Banken Südeuropas retten durch einen Bankenrettungsschirm, wir müssen die Staaten retten durch fiskalische Maßnahmen, damit wir die EZB wählen. Das ist mein Problem. Das sind keine demokratischen Entscheidungen. Man kann ja den Nachbarn helfen, ist doch okay, aber das ist eine schwierige Entscheidung, die sollte von unseren gewählten Parlamentariern getroffen werden. Und doch nicht von den technokratischen Vertretern im EZB. Und was jetzt den Austritt betrifft, natürlich, wenn ein Land, also wenn der Euro kaputt geht, sagen wir mal so, dann haben wir eine Forderung von etwa 600 Milliarden Euro gegen ein System, das es nicht mehr gibt. Und das macht uns eben erpressbar. Das ist für diese Rettungsschirme. Ich will ja auch nicht, dass wir den Euro kaputt machen. Ich will auch nicht, dass Deutschland aus dem Grunde nämlich, dass Deutschland aus dem Euro raustritt, sondern wenn hier jemand austritt, dann sind das die Länder, die da nicht zurechtkommen. Und ich würde sie auch nicht rauswerfen, aber ich würde sagen, wir haben nicht beliebig viele Mittel zur Verfügung, um euch durchzufüttern, wenn ihr nicht wettbewerbsfähig seid. Wenn ihr die Spielregeln nicht einhalten könnt, dann tretet bitte aus. Und ich glaube auch, dass dann unsere Target-Forderungen noch nicht verloren sind, denn sie erstens bleibt die Verpflichtung dieser Länder nach dem Austritt, ihre Target-Schulden zu bedienen, erhalten. Und zweitens, wenn sie die Verpflichtung nicht erfüllen, solange der Rest Euro noch weiter existiert, würden wir die Abschreibungsverluste mit den anderen Ländern in der Eurozone teilen können. Das ist also auch insofern die gefahrlosere Strategie. Die andere Alternative, sie drin zu halten, heißt sie dauerhaft durchzufüttern. Das wird sehr, sehr toll. Jetzt könnten wir noch stundenlang hier weiter diskutieren, aber es ist jetzt wirklich schon fortgeschritten und die Zeit ist etwas weiter gediehen. Aber ich sehe, Sie waren alle so konzentriert, dass es, glaube ich, nicht so schrecklich für Sie war, so lange hier zuzuhören. Ich kann vielleicht dem hoffnungsvollen Ausblick, was die EZB betrifft, hinzufügen, dass es manchmal ja schon reicht, Dinge anzukündigen und man muss sie gar nicht tun, wie sich bei Mario Draghi erwiesen hat. Und den zweiten hoffnungsvollen Ausblick, den ich mitgenommen habe, ist, dass das Walter-Euken-Institut offensichtlich dann im Januar 2024 hier wieder sitzen wird, zum 70. Jahrestag, weil dann ja die zehn Jahre um sind, wo wir dann wissen, ob Mario Draghi irrte oder nicht irrt. Herr Professor Feld hat das Schlusswort. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mit uns den 60. Geburtstag gefeiert haben. Ich verspreche schon gleich, dass wir im Jahr 2016 bereits feiern. Da wäre nämlich Walter-Euken 125 Jahre alt geworden. Wir feiern die Feste, wie sie fallen. Und der Rektor hat mir das auch gesagt, dass wir möglichst viel feiern sollen. Das sei auch gut für die Repräsentation der Universitäten der Presse. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Ich möchte mich erstens ganz herzlich bedanken bei den Referenten. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie alle spontan zugesagt haben und hierher nach Freiburg gekommen sind, mit uns diese zwei Tage hier verbracht haben und uns sehr viel Ihrer Zeit und Ihres Wissens, Ihrer Gedanken geschenkt haben. Das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich sehr wohl und wir sind Ihnen sehr zu dankverpflichtet. Vielen Dank. Vielen Dank.